Der Teufel benutzt unsere Angst, um unsere guten Werke zu verderben. Bevor wir über Angst reden, opfere Gott jede Handlung auf. Das ist Nummer 6 in unserer kleinen Serie. Suchen Sie nach den anderen Videos, ich werde die anderen auch verlinken in der Beschreibung. Wenn Sie hier neu sind, abonnieren Sie den Kanal, geben Sie dem Video ein Like, bitten Sie um den Segen von Pater Pio. Vielen, vielen Menschen ist schon geholfen worden. Wir haben durch diesen Kanal, nicht nur in Deutschland, es gibt auch in anderen Ländern ähnliche Initiativen. Und wir haben viele, viele Seelen erreichen können, die fantastische Gnaden bekommen haben durch Pater Pio. Pater Pio ist zwar im Himmel, aber aus dem Himmel, wie er selber sagte, kann er noch mehr helfen. Und das ist unser Bestreben, dass wir seine Lehre verbreiten, damit sich viele, viele daran erfreuen können und viele, viele Seelen Rettung erfahren. Denn das war seine Mission, Seelen aus den Klauen des Teufels herausreißen. Und deswegen sind wir da. Bitte helfen Sie mir dabei. Heute gibt es den dritten Teil der zehn Ratschläge von Pater Pio für ein christliches Leben. Und wir fangen an mit dem Punkt Nummer 6. Opfere Gott jede Handlung auf. Pater Pio ermahnte seine geistlichen Kinder, kurze, geistige Gebete zu sprechen und alle Momente und Handlungen ihres Lebens, so trivial und unbedeutend sie auch sein mögen, Christus darzubringen. Alles auf Gott ausrichten, in ihm leben und sich in ihm bewegen. Und Leo XIII. Papst Leo XIII. sagte in einem wunderschönen Absatz, in einer Enzyklika, die er geschrieben hat, eben über eine Zeit, die es tatsächlich mal gab, in dem das so war. Die Menschen tatsächlich nichts anderes, nein, nichts anderes, auch falsch, aber Gott war immer vor ihren Augen. Nicht wie heute, wo wir das irdische Leben vor Augen haben und Gott manchmal am Sonntag oder vielleicht am Abend, wenn wir kurz mal ein Gebet sprechen. Nein, das ganze Leben war auf Gott ausgerichtet und wir müssen wieder dahin. Denn ohne dem wird es keine Veränderung geben. Ohne, dass wir wirklich in Gott leben, so wie er das sagt, alles auf Gott ausrichten, in ihm leben und sich in ihm bewegen. Denn er ist unser Vater und wir wollen wieder zu ihm zurück. Das heißt, es ist ein in sich, in Gott bewegen und wir leben in seiner Schöpfung und wir sollen nur wieder zu ihm zurück. Und wir sollen nicht das tun, was die Welt tut, nämlich ihn abzulehnen. Damit wissen wir, dass wir zwar vielleicht ein mehr oder weniger angenehmes Leben hier haben auf der Erde, aber nach unserem Tod wird es uns schlecht gehen. Insbesondere Katholiken müssen ihr Leiden als Opfer darbringen, um mit dem Opfer Christi vereint zu werden. Da Christus Gott ist, ist sein Heilswerk einschließlich seines Leidens nicht auf das erste Jahrhundert nach Christus beschränkt, sondern er streckt sich über die Zeit hinaus, wie sie von den Menschen verstanden wird. Christus kennt ja keine Zeit. Er ist am Kreuz und er ist am Kreuz als Gott und er sieht uns heute. Also sind wir auch immerhin immer mit ihm verbunden durch das Kreuz. Denn er sieht unsere Sünden heute und hat sie auf sich genommen. Aber gleichzeitig können wir etwas von seinem Leid nehmen, indem wir heute eine gute Tat machen, indem wir heute etwas aufopfern und dabei an ihn denken. Deshalb können Menschen aller Jahrhunderte alles, was ihnen widerfährt, mit dem Heilswerk Jesu vereinen, weil für ihn keine Zeit da ist. Obwohl nicht jeder dazu berufen ist, wie Pater Pio, es war eine Opferseele zu werden, muss jeder jedes Leiden für einen guten Zweck nutzen und es Gott darbringen. Das ist unsere katholische Pflicht. Das ist, wie Pater Pio sagte, durch die heilige Jungfrau die schnellste Abkürzung, um zu Gott zu gelangen. An Lucia Campanile schrieb der Heilige, die körperlichen und seelischen Übel sind die wertvollsten Opfer, die du dem einen darbringen kannst, der dich für sein Leiden gerettet hat. Nummer sieben, sorge dich niemals. Das ist ja auch der Spruch von Pater Pio, sich niemals Sorgen machen, beten und hoffen und sich keine Sorgen machen. Und das sagt sich leicht dahin, aber wir werden sehen, es ist möglich. Und mit der Hilfe von Pater Pio für uns ist es auf jeden Fall möglich. Die Angst, betont Pater Pio, ist die Mutter aller Unvollkommenheiten. Der Teufel benutzt die Besorgnis, um unsere guten Werke durch mangelndes Vertrauen in die göttliche Güte zu verunreinigen. Unser süßer Herr wird daran gehindert, uns viele Gnaden zu geben, weil wir die Tür des heiligen Vertrauens in unseren Herzen verschließen. So betonte er. Die Sorge trocknet die christliche Frömmigkeit aus und macht sie steril. Und wie viele verbarrikadieren sich heute in den Häusern schlicht und ergreifend aus Angst. Machen sie sich keine Sorge, bat er diejenigen, die seinen Rat suchten. Sie sollten sich nur um eines sorgen, Jesus zu lieben, die Tugend zu lieben und in den Himmel zu streben. Wann immer sie Mamina, also die Mutter Gottes, vertrauen, wird sie sie unterstützen und ihnen die Hände reichen. Es ist schlecht, sich um die Zukunft Sorgen zu machen. Noch schlimmer ist die Angst um die eigene Erlösung. Keine Sorge, sagte Pater Pio, lasst uns unser Bestes tun und Jesus wird immer glücklich sein. Nummer 8. Streben nach himmlischer Belohnung Pater Pio machte deutlich, dass das Leben unerträglich und sinnlos wäre, wenn es nicht die Hoffnung auf den Himmel gäbe. Im Himmel ist der Sohn Gottes immer glücklich, vereint mit denen, die er liebt und kümmert sich um seine Familie und Freunde auf der Erde. Als sein Vater starb, sagte Pater Pio zu den beiden Schwestern, sie sollten sich mit dem süßen Gedanken trösten, dass ihr Vater nicht tot sei. Er lebt ein Leben voller Freude, das niemals enden wird. Er lebt im Himmel, er lebt inmitten derer, die er liebt. An ein Ehepaar, das einen zweijährigen Sohn verloren hatte, schrieb er, ihr Sohn ist im Himmel, beschützt sie, hilft ihnen, lächelt sie an und bereitet einen Platz für sie vor. Nicht nur, dass er dort ist, sondern er bereitet sogar aktiv den Platz vor, der für die Eltern bestimmt ist. Als ihn jemand fragte, ob wir unsere Lieben im Himmel sehen würden, antwortete Pater Pio, was wäre das für ein Himmel, in dem wir die, die wir lieben, nicht bei uns hätten? Einem anderen erklärte er, die Freude über das Paradies wird uns genügen, um weiterzumachen. Jedes Opfer, das auf der Erde gebracht wird, wird belohnt werden. Und das ist, glaube ich, sehr beruhigend zu wissen für die Pater Pio-Schützlinge. Die Pater Pio-Schützlinge wissen damit, dass jedes Opfer, das sie insbesondere für die Verbreitung dieses Kanals, für die Verbreitung dieses Apostolats bringen, im Himmel belohnt werden wird. Und wer wissen möchte, wie man Pater Pio-Schützling wird, gehen Sie in die Beschreibung unterhalb des Videos und dort finden Sie einen Link, der Ihnen weiterhilft. Der Himmel ist totale und ununterbrochene Freude. Wir werden Gott ständig danken. Es ist sinnlos zu versuchen, den Himmel genauer anzuwollen, denn wir werden ihn nicht verstehen können. Aber wenn der Schleier dieses Lebens gelüftet ist, werden wir die Dinge anders verstehen. Kein Leiden, egal wie unbedeutend seine Ursache ist, versicherte Pater Pio der Raffaelina Cerasi, wird im ewigen Leben ohne Belohnung sein. Noch einmal aufgepasst, Pater Pio-Schützlinge, Ihnen wird die Belohnung zukommen. Vertraue und hoffe auf die Verdienste Jesu und so wird selbst der graue Lehm zu feinem Gold werden, das im himmlischen Königspalast glänzt. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.